Hallo zusammen. Es ist oft so, wie es ist, wenn zwei nicht so unbedingt auf den ersten Blick zusammenzupassen scheinen. Ja, weil der eine zu groß und der andere zu klein, einer zu dick, einer zu dünn, einer zu arm und einer zu reich ist. Oder wie auch immer. Oder wenn es wie in Königshäusern und bei reichen Familien oder bei anderen Gesellschaftsschichten so gang und gäbe ist. Wenn man sich in eine Zweckehe begibt aus irgendwelchen Gründen, die Liebe eine untergeordnete Rolle spielt, dann, ja dann, ist es sehr schwer, mit sich selbst im Reinen zu bleiben. Möglicherweise erkennt der eine oder andere im Laufe der Zeit, dass er für den Job, den er macht, relativ ungeeignet ist. Fehlentscheidungen, ja Skandale, Skandälchen, die Leute sind aufgebracht, man bekommt Gegenwind von der eigenen Partei, von den Oppositionsparteien. Wenn man aber merkt oder für sich selbst das Gefühl hat, dass der Partner einen eventuell nur geheiratet hat, wegen ihm dieses Postens, ja dann, dann fällt die Entscheidung, zurückzutreten, höchstwahrscheinlich sehr, sehr schwer. Ja, Herr Spahn, wir haben Verständnis. Es wird nicht leicht sein, ein Leben nach dem Bundesgesundheitsminister zu führen. Wir glauben nämlich nicht, dass Sie die Karriere-Treppe noch nach oben fallen werden. Leute, für uns alle bedeutet das, es wird sich wohl so schnell bei diesem Posten nichts ändern. Er wird nur dann gehen, wenn die Kollegen mit ihm alle zusammen gehen. Leute, habt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören es, es bröckelt an allen Ecken und Enden. Und vergesst nicht, heute Abend sehen wir, oder können wir, wenn wir wollen, Donald Trump in Aktion sehen. Er hält heute eine Rede. Er ist ausgemachterweise der Führer der Republikanischen Partei in Amerika und ohne ihn läuft nichts. Und ein amerikanischer TV-Sender hat festgestellt, die Demokratische Partei verliert ihre Anhänger schneller, als der Fernsehsender CNN, die Zuschauer zur Prime-Zeit, auch da bröckelt und bröselt es. Macht's gut, habt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao.